Musik Tja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder euer Avenger und wir spielen wieder mal The Walking Dead. Ich wollte gerade schon sagen Overwatch, es ist natürlich nicht richtig. Ich wollte jetzt einfach mal in diese Tasche reingucken. Ja, obwohl man sich eigentlich schon denken kann, was da drin ist. Der hat die ganze Zeit mit dem Kopf seiner Frau geredet. Nein, ich weiß. Alles klar. Gehen wir einfach raus hier und... Schauen einfach mal, wie es weitergeht. Wow, Jesus! Ja, ich weiß. Also ihr könnt euch mittlerweile schon denken, es gibt zwei Möglichkeiten, warum er mich nicht gebissen hat. Entweder wir sind schon so infiziert, dass wir schon fast zu ihm zählen oder wir haben wirklich so viel Blut von denen dran, dass er uns gar nicht mehr wahrgenommen hat. Also das könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie ihr wollt. Ja, das haben sie auch in der Serie gemacht. Ich glaube in der ersten oder zweiten Staffel war das sogar. Da haben sie sich dann auch mit dem Zeug vollgekleistert und wurden wallig nicht wahrgenommen. Also das ist schon echt cool. Jetzt müssen wir natürlich... Oh scheiße. Jetzt müssen wir die kleine Vollschmin mit dem Zeug. Ja, es ist auf jeden Fall kalt, hä? Das kann ich mir vorstellen. Oh. Sind Sie fertig? Ein bisschen mehr. Ich will sicher sein. Ein bisschen mehr. Das ist so gross. Tja. Na. Er sagt. Oh Mensch. Die arme Kleine macht schon echt was durch. Bedank dich, wenn wir da draußen sind. Bleib gleich neben mir. Geh sehr langsam. Wir haben hier nichts mehr zu verlieren. Ach, was ist in der Tasche? War sogar ein Erfolg, den wir freischalten können. Schön. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ganz, ganz langsam da durch. Ich würde sagen, gehen wir mal ganz langsam. Von euch mal ganz langsam nach. Ich würde doch mal mit dem Ven troren. Heide ja in der Tasche, ab Привет. Ich bin der Tasche. Insfer her. Am besten keinen mehr anrempeln Weil das könnte Bitterböse ins Auge gehen Oh oh Was hat sie jetzt gesehen? Oh fuck Das ist ihre Mom In Part 1 sieht man ein Foto Oh shit Hat die mich jetzt echt irgendwo hingezehrt? Das hat sie geschafft? Please don't be dead Please no Ach du scheiße Sehen wir aus I thought you left me I saw my parents I know They didn't get to you right? No We got away They're dead for sure We have to get out of here as fast as we can We can't There's thousands of them outside We have to I'll protect you We'll push them Oh no no that's crazy I saved you We're safe here I locked us in Get that door open I can't Do it It was only a little open when I found it I closed it to keep us safe Das Problem ist Pull on three One Two Three Das Problem ist Wir können mit ihr nicht alleine in einem geschlossenen Raum bleiben Weil sobald ich mich verwandle ist das Ding rum Darum geht's See Clementine Honey My arm is gone because I cut it off Why would you do that? Because I was bitten Clem Please no No That's not true Yes It is It's like Larry Isn't it I'm sorry Clementine I'm supposed to take care of you I can't now I know I think there might be a way out over there Good Good girl Let's go Might be a little slow I'll help you I got you You can lean on me if you have to I'm okay I'm okay I thought I was helping by bringing you in here You couldn't have know I should have told you It was scary at the hotel Yeah Keep going We're almost there Get up Lee The door is right here I'll try it Oh man It's not You have to Damn I can't move This is it for me here Please Please Try to get up I can't You don't have much time You gotta do something Fast Like what? You need to get out of here As soon as you can I can't leave you Just work on getting out Okay We'll figure it all out Don't worry Yeah Let's go Let's go Just start by getting that door open It's locked It's no big deal It's just a glass window Ow Not with your hand Oh yeah There's a base ball bat under the counter clamp You can use that Who's the bat to shut up that window So you can reach in, okay? Okay Watch out for broken grass Good job Don't be afraid of him, honey You're smart He is it You're smarter than all of them They'll get you in there Don't worry You're doing good The way out's through there, Clem I know Grab the chair clip Use it to reach in to the ark Den Sturm mit Rollen soll man eigentlich nicht nehmen Laut der UVV in Deutschland Aber Für die, die Sie wissen Unfall für Hütungsvorschrift Es ist zwar eigentlich jetzt keine lustige Situation, aber So ein bisschen muss man ja noch mit reinbringen Eigentlich wäre es cleverer gewesen Den Den erst unschädlich zu machen Und dann Aber In dem Spiel geht's leider nicht anders You're doing really good Put the handcuffs on me Attach me to this What? Why? No matter what happens You're safe then I don't know Just do it, sweetie Make sure they're tight I don't I don't want to do this You have to It'll keep you safe You're only out to deal with him He's trapped over there Feel careful You can get what you need from him The keys and then the gun Yeah The keys and the gun Just don't be afraid If anything gets dangerous You're faster than he is What should I get first? Hit the gun clear Always the gun Ja, falls sie sich losreißt Dann hat sie was Oh shit Scheiße, scheiße, scheiße Ich kann nichts tun Ja, klar Erik ist toll Du bist so ein Pfosten Komm treten Ja Perfekt Komm nochmal Das machst du gut Nochmal Weil es schön war Na, bleib doch lieb Oh Jesus Christ Ich habe es Ich habe ihn bekommen Komm hier Ja Aber du hast das gemacht Smart Hey You're not safe Not to Not to You're away from me If I turn No You can't You can't do that Trust me, Clint I don't want to I'm trying I'm trying My parents It's so horrible I can't imagine This will be And now You Please 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 don't be One of them Please don't Become a walker There's only one Thing you can do You know that I don't know If I can You can leave me It's okay You'll be You'll be just like them It's okay It won't be me Please It's time to go You've got to get out of here You can come with me No, honey I can't It's okay Please You have to go Now How? Maybe 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 I shouldn't Let you turn I don't want you To have to do that Shoot it, thanks It changes you Sweetie I don't want you To get used to it Bacon First days we met Do you remember? Yeah I do When I went out To rescue that boy Glenn I met a girl She'd been bitten too All she wanted Was to Come back as a walker I couldn't bring myself To give her the gun I didn't want to see Death then I know we've seen So much of it But you shouldn't Have to see it now I'll go I'll I'll leave you I'll go as fast As I can And as safe As you can Always be safe Find Omid and Krista They're outside of town By the train You remember how To get back there? Yes Good They'll take good care of you And Clem Stay away from the cities Definitely They're just not worth the risk And also What? What is it? No Don't worry All right Don't be afraid Don't be afraid Don't go Don't go Don't go Das war's das nimmt mich immer wieder mit jedes mal das ist so emotional diese scheiße hier also wie schon gesagt beim ersten mal habe ich geholt wie ein schlosshund das ist echt irre es gibt auch viele videos auf youtube wie manche let's player darauf reagiert haben und es gibt eigentlich nur wenige die das mit humor genommen haben also es ist echt krass und kommen wir schon zum schluss gehen wir das ganze noch mal durch also verzweiflung ließ arm entfernt tun 71 prozent der spieler deinen arm entfernen warum haben es die anderen nicht gemacht also also an meiner stelle jetzt mal ganz ehrlich ich weiß zwar nicht wie ich jetzt wirklich da handeln würde aber wenn es eine möglichkeit gibt die zeit noch ein bisschen raus zu zögern beziehungsweise in der serie hat man ja gesehen es kann auch leben retten wie man da den anderen lassen kann keine ahnung ich hätte noch auf jeden fall abgemacht 100 prozent so konsequenzen beherrschung verloren du und 74 prozent der spieler ihre beherrschung verloren bei welchem szenario eigentlich i don't know habe ich jetzt mal gerade vergessen entwaffnet waffen aufgegeben du 59 prozent der spieler noch etwas gegriffen okay fremder klemmteins entführer getötet du und 57 prozent der spieler klemm den fremden töten lassen was ich konnte doch gar nichts anderes tun oder hätte man den gleich erledigen können weiß jetzt gar nicht naja abschied ließ wandung gestoppt du und 36 prozent der spieler klemm weggeschickt ich sag es mal so ich könnte meine söhne auch nicht zwingen mich zu erschießen das wäre für mich ein ding der unmöglichkeit weil sowas wie er schon gesagt hat in dem part das kann menschen definitiv verändern gehe ich jetzt mal davon aus es gibt so viele soldaten die in afghanistan lebende menschen erschießen und mein bester freund ist bei der bundeswehr und ich hatte so viel schiss dass der mit irgendeinem psychischen knacks zurückkommt oder so und das deswegen ich würde niemals einen meiner söhne oder irgendeinen zwingen einen lebenden zu erschießen es sei denn das ist nicht 100 prozent vonnöten also wie schon gesagt das ist schon ziemlich harter geschichte so das war es auch schon dazu okay hier sind jetzt noch mal so ein paar sachen die man die man sich über die charaktere durchlesen kann welche entscheidung man getroffen hat fangen wir einfach mit kenny an du hast deinen sohn in der drogerie verteidigt stimmt da ging es ja darum er wurde ja in larrys meinung gebissen wir haben gesagt er wurde nicht gebissen es geht ihm gut dann du hast ihm ins gewissen geredet habe ich das öfteren getan du hast seinen sohn getötet damit er es nicht tun musste ganz wichtig er starb beim versuch ben zu retten das sei jetzt mal dahingestellt weil keiner weiß ob er wirklich gestorben ist oder nicht so bei der frau ich weiß jetzt gar nicht wie die hieß ich habe schon wieder vergessen du hast wasser für duck gefunden als er es brauchte sie erschoss sich nach dem tod ihres sohnes ist klar du hast ihm trotz seiner rachelust deine axt anvertraut ja ich wollte ja natürlich sein vertrauen gewinnen ist ja klar dass er nicht ständig so ein beef mit mir hat du hast lily zurückgehalten als kenny in den kopf einschlug ja clary stark und kühler aus der molkerei schaut auf jeden fall bei dem partner vorbei wer es verpasst hat oder noch nicht geschaut es lohnt sich also die die tage auf der molkerei die waren echt hart das war echt eine krasse geschichte du warst auf ihrer seite als dinge verschwanden also das war jetzt hier bei bei der lily ja das war das szenario wo halt medikamente und verschiedene vorräte verschwunden sind etc ihr wisst ja du hast ja am straßenrand stehen lassen das hatte aber auch seinen grund wo ich es das letzte mal mitgenommen habe auf dem handy habe ich ja schon ein paar mal erzählt auch in dem part habe ich das glaube ich sogar erzählt hat sie dann den den wohnwagen geklaut die war heftig in mich verschossen das weiß ich weil die wollte mich ja mitnehmen bevor sie den dings geklaut hat also wie schon gesagt da war so eine kleine verbindung aber ich konnte es einfach nicht äh ja ich weiß nicht sie hat halt einen erschossen ich hätte sie wahrscheinlich ich hätte es wahrscheinlich trotzdem im real life hätte ich es anders gelöst aber wie schon gesagt das habe ich in dem part alles erklärt das muss ich jetzt nochmal durchkauen so omit du hast ihm geholfen auf den zug zu kommen das war auch eine geile geschichte weil er sich ja das bein verletzt hat ist ja völlig logisch und wo ich auf dem handy erst der frau geholfen habe wegen äh frauen und kinder zuerst und so da hat sie mich angeschissen warum ich den verletzten nicht helfe so jetzt habe ich omit geholfen dann hat er mich angeschissen warum ich der frau nicht geholfen habe also das in dem spiel konnte man einfach nur einen Anschluss kassieren und das war halt ein bisschen tricky ja ist ja egal du liest ihm vor Crawford in Clementines Obhut ja ist richtig ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt so jetzt kommen die anderen noch du hast Ben verteidigt als er des Diebstahls beschuldigt wurde ja Ben stürzt in einer Gasse in Savannah in den Tod das habt ihr ja schon mitbekommen so dessen Namen ich wieder vergessen habe ich glaube Katja war es Katja nee Katja war die Frau von ihm Corey irgendwie sowas ich müsste es nochmal in den Parts nachschauen du hast dir deine Vergangenheit anvertraut sie wusste es ja eh schon also daher ist es egal du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet ja das sehen wir dann hier drüben das ist noch der andere Typ oder so ich weiß jetzt gar nicht die Kamera ist ja spielverkehrt ähm sie wurde von Lilly getötet ja das war dann die Aktion wo ich dann mich entschlossen habe Lilly auf der Straße zu lassen aber das haben wir ja gerade schon durchgekaut du hast ihr zugestimmt den anderen von deiner Vergangenheit zu erzählen haben wir auch gemacht es hat dem Vertrauen geholfen und es war auf jeden Fall besser für die Gruppe du hast ihn in deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt ja ist richtig du hast ihr dein Biss gezeigt also das ist jetzt von Christa ist ja klar ihr lest ja bestimmt mit du hast ihr und und mit gesagt sie sollen dich am Zug treffen ja ob das jetzt wirklich so klappt wissen wir nicht du hast sie ja nur mitgebeten auf Clementine aufzupassen richtig bei Kenny ist es so er wäre allein gewesen und das ist ja auch so ein Draufgänger Typ also der hätte auf jeden Fall auf kurz oder lang hätte er wahrscheinlich sein Leben riskiert für irgendwas und hätte die Clementine mitgerissen und die zwei die hätten eine Familie auch echt gut gebrauchen können deswegen habe ich sie dahin geschickt ist einfach so und die Christa war sowieso immer verantwortungsbewusst von vornherein hat immer auf die Klemmen geachtet und hat mir geredet und keine Ahnung deswegen habe ich mich dazu entschlossen so jetzt kommen wir zu dem Typen hier dessen Namen ich auch wieder vergessen habe er war bei dir als du deinen Bruder gefunden hast das stimmt ebenfalls das war glaube ich in der ersten Episode wo wir in der Drogerie waren er starb als die Walker in die Drogerie also als die Walker in die Drogerie angegriffen haben ja ist vollkommen richtig weil ich halt die Cory ich denke jetzt mal dass es so heißt der habe ich ja geholfen und so ne und deswegen ist er gestorben das war so eine Entscheidung die ich treffen musste wer jetzt mitkommt und wer stirbt du hast auf Herschels du hast ja du hast auf Herschels Farm geholfen sein Leben zu retten ist richtig weil Frauen und Kinder zuerst ist ja völlig klar in Make-Em hast du gesagt er sei nicht gebissen worden ist ebenfalls richtig haben wir bei Larry schon gesagt du hast ihn erschossen bevor er sich wandeln konnte ja habe ich getan damit Kenny es nicht tun musste er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent ja das war da hat er so mein Nebendetektiv gespielt wo jetzt die Vorrede in verschwunden sind das fand ich auch sehr cool von ihm hat uns natürlich nicht wirklich weiter geholfen so jetzt kommt die Schlussszene ne kommt sie nicht ja das sind jetzt nochmal die ganzen die ganzen äh 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 Namen von den Designern und so weiter und so fort das wisst ihr erkennt ihr alles ähm ja das war es auch schon an dieser Stelle ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wie schon gesagt ein sehr sehr emotionales Game ich kann es zu jedem empfehlen es mal selber durchzuspielen auch mal vielleicht öfters durchzuspielen weil man kann viele viele Fragen oder viele Antworten die man gibt Entscheidungen die man trifft kann man so viel beeinflussen dass das Spiel sich in solche Richtungen bewegt wo man gar nicht mehr mit rechnet ja also ich meine gut das die eigentliche Geschichte kann man nicht verändern wie schon gesagt dieser Typ dieser Entführer der kommt immer wieder weil du kannst die anderen nicht davon überzeugen das Auto einfach stehen zu lassen das geht nicht kriegt man nicht hin also bis zu dem Punkt kommt man auf jeden Fall immer aber wie schon gesagt wie zum Beispiel dass Lilly mitfahren darf nachdem sie einen von den beiden erschossen hat wem man jetzt hilft in der Drogerie entweder die Cory oder den anderen Techniker-Fuzzi wie schon gesagt das letzte Mal habe ich den Techniker-Fuzzi geholfen weil ich dachte die Cory hätte in ihrer Waffe noch Kugeln drin gehabt und er wurde dann letzten Endes auch von Lilly erschossen das ist halt wie es ist jetzt weiß ich natürlich nicht hätte ich jetzt den Ben nicht verteidigt ob sie dann den Ben wahrscheinlich gleich erschossen hätten und der andere hätte dann seine Position übernommen das weiß ich natürlich nicht habe ich bis dahin noch nie versucht ihr könnt das ja wie schon gesagt mal machen und ja das war es eigentlich schon schreibt mir auf jeden Fall in die Comments wie ihr den Part fandet wie ihr der Clementine geraten hättet in Zukunft auf wie sie in Zukunft auf sich selber aufpassen kann was ihr geraten hättet was sie hilft was sie meiden soll was sie tun kann und so weiter und so fort wie schon gesagt schreibt mir in die Comments ich meine manche von euch sind vielleicht noch zu jung um eine Vaterrolle übernehmen zu können aber ihr könnt ja euch trotzdem schon mal darüber Gedanken machen ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen irgendwas von euch zu lesen an dieser Stelle so und es wäre auch interessant mal von euch zu hören wie es euch dabei ging diesen Part anzuschauen war es genauso emotional für euch oder habt ihr euch gedacht boah alter dieses Weichei was ist denn da dran so schlimm wie schon gesagt ich als Vaterperson kann mich in sowas ziemlich gut reinversetzen es ist halt nun mal so da sieht man alles von anderen Blickwinkeln und ähm deswegen bildet euch eure eigene Meinung und wie schon gesagt ist halt so ja ich weiß jetzt nicht vielleicht mache ich gleich noch einen Cut wenn das jetzt doch so ewig lang dauert auf jeden Fall werde ich den zweiten Part durchspielen obwohl meine Englischkenntnisse jetzt nicht so toll sind aber ich denke mal wir kriegen das zusammen irgendwie hin und wenn wirklich alle Stricke reißen und ich wirklich nur noch Scheiße bau dann würde ich jetzt mal sagen wie schon gesagt hab ein bisschen Nachsicht da mit mir oder ich werde einfach ein Tauli mit hinzufügen dass er einfach mit mir noch ein paar zusammen macht weil er kann perfekt Englisch er kommt ja aus den Vereinigten Staaten und ähm ja dann kriegt man das so irgendwie gebacken jetzt sehen wir hier noch das Ende von The Walking Dead die Clem hat es also geschafft aus der Stadt raus zu kommen aber anscheinend hat sie Omit und Krista einen Zug nicht gefunden so jetzt sitzt sie da ganz alleine was eigentlich ziemlich scheiße ist würde ich jetzt mal behaupten aber wie man sieht auf dem Land sieht es auf jeden Fall so aus als wären da nicht so viele Walker oder? jetzt ist die Frage wer ist das? ist es Omit und Krista? sind es ein paar andere? sind sie wohlgesonnen? sind sie bösartig? das sehen wir erst im zweiten Teil also Season 2 von The Walking Dead wie schon gesagt es gibt jetzt noch ähm es gibt jetzt noch eine Episode diese hier 400 Tage da steht zwar bald verfügbar ich weiß aber dass man die schon dass man die schon kaufen kann ich weiß nicht ob ich das spielen soll es ist eigentlich wenn man es jetzt mal so betrachtet ist es für den zweiten Teil relevant also für Season 2 weil das knüpft so ein bisschen an ihr könnt es mir ja mal in die Comments reinschreiben ob ich das spielen soll oder nicht wie schon gesagt es gibt jede Menge Fragen von euch vielleicht oder irgendwelche Kommentare wie schon gesagt haut es mir rein ich würde mich tierisch darüber freuen und auch ob ich die 400 Tage spielen soll oder nicht oder sollen wir gleich zum zweiten zur zweiten Season übergehen das liegt in eurer Entscheidung wie schon gesagt haut es mir rein ich verabschiede mich von euch es war sensationell mit euch dieses Spiel durchzuspielen ich finde es auch immer wieder cool dieses Spiel zu spielen auch außerhalb von Let's Play sag ich jetzt mal und ich würde es wahrscheinlich auch nochmal spielen ganz sicher weil es gibt so viele Entscheidungen die ich einfach noch treffen würde oder anders machen mal gucken vielleicht wenn ich es mal höre spielen wir einfach mal ein komplettes Arschloch im nächsten Mal also wie schon gesagt es ist noch ein bisschen dafür hin aber wie schon ja wir müssen noch ein bisschen Gas geben weil die zweite Season die ist ja die ist ja schon längst da dann gibt es doch dieses Michonne Special was aber mit der Story gar nichts zu tun hat und der Tauli hat mir verraten das ist nämlich so ein Insider-Typ der hat immer der weiß immer Bescheid über solche Sachen um noch so einen Grund seinen Kanal mal anzuschauen ähm er hat schon gesagt es wurde schon eine dritte Season angekündigt also wir müssen jetzt auf jeden Fall Season 2 noch durchziehen ob wir jetzt das Michonne Special machen liegt jetzt hängt jetzt davon ab wann der dritte Teil rauskommt weil den möchte ich so schnell wie möglich dann anzocken auch wenn der auch wieder nur auf Englisch ist aber wie schon gesagt der Part ist jetzt lang genug ich verabschiede mich von euch äh es war sensationell mit euch und nochmals vielen vielen Dank für die 105 Abonnenten vielleicht sind es jetzt auch ein bisschen mehr in der Zeit bis ich das hier hochgeladen habe auf jeden Fall auch nochmal wegen dem FHQ äh wegen dem FHQ Special sage ich schon wegen dem Special haut's mir in die Comments ich würde mich drüber freuen also bis dahin macht's gut bleibt anständig baut keinen Mist und immer dran denken der nächste Teil kommt bestimmt Servus alter Schwede